Das war jetzt hier, also für mich ist der letzte Teil, für dich der vorletzte. Was müssen wir machen? Gegner klatschen. Irgendwelche, irgendeiner von den Gegnern hier rumlaufen kann diese Spur haben. Wollen wir vielleicht gleichzeitig den Quest-Fall machen? So, können wir auch machen. Aber klicken wir einfach nur durch, nur damit was haben. Weil Bethnik ist ja ein Startgebiet. Deswegen nehmen wir mit, was wir hier sehen. Und jetzt nicht speziell den Pfeilen folgen, würde ich sagen. Ja, aber wenn man Quest abschließt. Ja klar, es gibt Punkte, das wollen wir auch noch nebenbei machen. Nee. Wir müssen auf uns warten können. Ich glaube, das wird schwierig werden. Ich glaube, das machen auch andere. Ja, ich sehe das auch gerade. Entschuldigung. Brauchst du die, willst du die haben? Nein, brauche ich nicht. Wenn du das Platinflötz. Brauchst du noch... Wo wir die jetzt? Eigentlich nicht. Boah. Wahrscheinlich die blöde Mücke hier. Die da oben ist, wo keiner hinkommt. Hm? Nein? Nein, hier auch nicht. Na ja, gut. Achso, du kannst ja auch drinnen. Klar, wollte ich gerade sagen. Bei dir kannst ja auch drinnen sein, ne? Wenn du looten kannst. Nein? Weiß nicht. Loot, loot. Ich will gar nix looten, ne? Mach hier so ein Quest-File. Aber ich mach erstmal hier die Mücke weg. Jaaaa! Hast du? Jaaaa! Jaaaa! Geil! Cool. Hier ist noch ne Möcke. Moin, moin. Ich will ja noch ganz kurz. Bleibt genau. Kommt ihr in diesmal Stahl und Stein. Wir sind... Oh, da. Äh. Irgendein Krypto soll ich untersuchen. Was? Irgendein Krypto soll ich untersuchen. Krypto klingt immer gut. Hä? Guck doch untersuchen. Ja, ne, hier war auch ein Quest-File. Hä? Hier, hier, hier stand noch so ein Typ rum. Wo denn? Hier, wo ich bin. Also mein Ding zeigt da, ich soll da irgendwie da lang? Ja, das ist die andere Haupt-Quest. Wo? Wo? Ich bin hier lang gekommen und dann stand der und dann hab ich mich mit irgendjemandem unterhalten. Äh. Ah. Die Tante, die da... Nann doch? Äh, der Kerl meine ich. Ja, ja, genau. Der Kerl, der hier bei mir nicht mehr zu sehen ist. Und der sagt, ich soll die Krypto untersuchen. Ja. Dann gehen wir in die zentrale Krypto. Da sind viele drin. Da sind bestimmt Gegner drin. Ne. Das war nicht die Spur. Auch keine Spur. Ne. Gehen wir mal in die zentrale Krypto. Ne. Gehen wir mal in die zentrale Krypto. Ne. Gehen wir mal in die zentrale Krypto. Ne. 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 Gehen wir mal mit. Ach, hier ist die Himmelscherbe. Die hat ja schon mal gesucht. Hier ist die Himmelscherbe. Freiherrschung. Ne. 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 Kommt raus. Kommt raus. Wo immer ihr. Ne. Kommt raus. Kommt raus. Wo immer ihr. Hier ist ein Zombie. Ach hier diese Kreise wahrscheinlich. Ne. Das sind die Kommand. Das sind die Kommand. Ne. Ich habe irgendeine Verkleidung gekriegt. Ah hier ist die Kommand. Ah ich glaube auch. Ah. Okay. Einen habe ich. Hier ist auch noch einer. Ach wir sammeln zusammen. Ah sehr schön. Ne. 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 Nee, auch nicht. Auch nicht. Ich geh einfach kurz zu der Tante da im Grab mal. Abgeschlossen. Warte, den Falle! Nee. Ich sollte dich mal mit töten, ne? Wieso? Ja, wenn du tötest, hab ich keine Chance, eine Spur zu kriegen. Hä? Wieso nicht? Wohl doch, wenn ich so loote. Jetzt müssen wir hier irgendwelche anderen erst mal vermöbeln. Warte, warte, warte. Nee. So, tötet ihr ja schon immer noch... Naja, die sind hier auch in der Gegend. Okay. Abscheulichkeiten töten, das kann ich. Ich hab die Rechte genommen. Rechte ist frei. Nee, mach mal nicht. Bin nur abscheulich. Achso. Okay. Na jetzt. Oh, ersten getötet. Musst du den auch töten, oder? Ja, den hab ich jetzt auch. Ich mach das. Okay. Nee. Nee. Hey. Ich muss den Stab benutzen. Oder? Ich muss den Stab da aufladen. Nee, da. Ja. So. Der ist auch weg. Kann ich mal suchen, ey. Ich glaub, sie sind betrunkener. Keine Ahnung, Spur dabei, ey. Ich glaub nicht. 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 Und darf ich jetzt extra langsam kürzen. Ja. Was lach's da? Jetzt. Hey, das ist ja schonmal im Betnik rumgelaufen und... Hallo? I'm gonna quatschen. wo geht es denn hier hin ich glaube dass wir den visionen das lassen war weil ich glaube nicht dass die denn zu uns zählen ich habe keine ahnung ach komm gehen wir mal ganz kurz rein dann kann ich lange dauern denke ich hoffe ich ja hoffe ich auch nach dem leben wir sprechen hier ich weiß wir müssen dafür werden sie helfen ihrem könig bei seinem so ihr seid in mein zuhause eingerungen ihr habt meine leute abgeschlachtet warum sollte ich haltet ihr mich für verrückt was okay keine ahnung was ich jetzt gemacht habe ihr monster selbst im tode quält ihr mich noch stellt eure frage und lasst mich danach im frieden im zentrum der ruinen hinter einer tür die ihr nicht öffnen könnt so okay kriegsrufer lebt oder stirbt er auf euer geheiß wird er den schlag zu der gefangene hat lasst mich warum solltet ihr ihn umbringen ihr quält mich ich kann mich nicht verweigen was er ich kann mich nicht verweigen was er was machst du denn so lange bist du schon in der ruine drinnen warum droht ihr mehr du musst die nein du stellst die falschen fragen okay du musst fragen wie man die tür öffnet schont eure klinge auf warum droht ihr mehr unsere in warum damit ihr die zauberformel durch die folter aus innen heraus pressen könnt es ist eure so soll es habe ich eben gemacht ich werde bald bei euch sein warte ok wo habe ich den jetzt denn ich bin im questfall vorbeigelaufen die lage verschlechtert sich zusehen ihr seid um die kammer zu jetzt was soll ich nur tun ja wir machen das wieder zusammen das war ja immer wieder mal nichts nee okay das innere heiligtum und jetzt habe ich noch irgendwas übersehen nein wir sollen der labert halt bei mir nicht bei mir labert hier keiner ich habe auch noch den Pfeil draus nee achten dreht den linken um den stein ach da kann ich jetzt das zeichen so jetzt ach jetzt steht da auch einer verdammt helft mir was ist das was ist das ja ich fühle die kraft aber wie arbeitet ihr ach wir brauchen es 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 braucht es und ich verschone euer wertloses leben bleibt zurück ich glaube ob es etwas zu geben gibt ich weiß es ist nicht mehr die kraft ich weiß das nicht mehr ihr werdet meinem volk nichts zu leide tun zieht stahl helft mir verdammt helft mir ich weiß dass das eine Vision ist ne ja und diesen Elfenkuschler. Der Rest kann entscheiden zwischen Exil und Tod. Ich wollte gerade sagen, wie das gab, noch nicht mal einen Punkt. Oh, ich habe gerade viele Punkte. Okay. Ein ganzer Walden einmal. Also ein ganzes Ding durch. Na, nein, bis. Äh, da kommt noch einer nach. Was? Ja, ein Dreiviertel. Pfff. Naja. Kann auch ein Dreiviertel gewesen sein. Seienfalls viel los. Okay. Hast du vielleicht so eine blöde Spur bei dir? Auch nicht. Das ist aber echt fies. Ja. Nein, auch. Da hatte ich aber echt Glück. Das hat man schon mal gehabt, ne? Auch bei der Tante. Du hast ja beim ersten Mal, ich musste sie durch zehn Mal legen. Helle tot hier. Was soll das? Nö, ist auch so fein. Gibt nichts zu looten. Oh, okay. Den kann man nicht töten. Nö. Nö, kann man schon, aber... Ja, gut, es gibt böses Karma. Oh, jetzt noch ein Quest-File. So ein Quest-File. Latter-B-Linger nicht, was groß ist. Wenn ihr nicht aufhört. Nö, wenn ihr euch mit wechselnden Jägern? Ja? Ja, wir sind auch noch hier. Das hat sich ja gelohnt. Das war ja aber eine schnelle Queste. Das geht ja überhaupt nicht. Na komm, ja. So, kommst du hier auch noch her. Wollen wir euch mal zusammen. Das klappte nicht doch. Bemalte Kriegsfeuertrommel. Was? Ich habe eine bemalte Kriegsfeuertrommel gekriegt. Jetzt noch ein Quest-File. Das war doch nicht das, was ich wollte. Ich habe eine bemalte Kriegsfeuertrommel. Endlich treffe ich euch. Verbrennen. Was? Und jetzt aktivieren. Jetzt gehört ihr zu uns. Was? Wir wollen noch ein paar Schreiner aktivieren. Wo bist du? Ich bin da runtergesprungen. Ach da. Gehen wir hier einfach mal zu fließen. Alles geil, kriegt man eine Spur, die ist nicht die richtige. Du hast eine Spur gekriegt? Ja. Achso. Irgendeine bemalte Kriegstrommel. Ah. Du bist doch auch schön. Ja. Auch eine gelbe auf jeden Fall. Naja. Also komm. Das wäre ja wohl beschwerend jetzt auf hohem Niveau. Ja. Aha. Ich freue mich über die Spur. Ja? Du? Ich glaube, der sucht auch Spur. Mh. 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 Müssen wir hier noch einmal rum, da kann man euch nicht fallen, oder? Ich habe lieber gegen halben Betnik, das ist natürlich... Das ist echt böse. Ja. Ich sage ja auch, ich habe mega glück gehabt. Einen. Ja, dann fehlt ja jetzt genauso wie mir noch eine. Den müssen wir dann auch noch suchen. Ich kann mal so prüfen, was ich so fünf, sechs Gegner auf dem Mahl sind. Jetzt hier muss doch irgend... Ach hier, nördlicher Strein. Komisch, dass so ein kleines Ding solch einen großen Schrecken auslösen kann. Es muss zerstört werden. Wartet, denken wir darüber nach. Worüber sollte man dann nachdenken? Es hat hunderte Orks getötet. Das waren die Kultisten. In den richtigen Händen könnte es das Bündnis gegen Invasoren verteidigen. Ich werde es nicht in die Hände von denen geben, die Orsinium eingeeben haben. Abgeschlossen, okay. Und wenn ich die umbringe, kannst du die da nicht trotzdem noten? Weiß ich jetzt gar nicht. Nee. Also, wenn ich im entsprechenden Radius drin bin, ja. Okay. Ich weiß nicht, ob dafür das Finden der Spuren und es zwingend erforderlich ist, dass man mit reinhaut. Oh, hier wird noch ein Quest 3 von mir. Friede sei mit euch. Die Seelen der Tod nach. Wir sind nicht ein. Befreit uns. Befreit uns von dieser Qual. Ja. Ja. Ich hab's hier drücke. Ein Fluch bindet uns. Tötet den bösartigen Nekromanten dort unten. So, ein und drücken. Musst du ja nicht auch noch drücken oder? Oh! Entriegelt das Tor! Sucht drinnen nach mir! Beendet diesen Fluch! Wo bist du nie geflogen? Ich komme jetzt rein. Oh, hier ist noch eine Himmelscherbe. Da hast du die auch schon. Die habe ich auch schon. Okay. Oh ich bin der Himmelscherbe, ich habe von Bitnik. Ja. Ja, ich bin. Ja. Die untere Kamera. Ja, ich glaube nicht, dass wir hier noch was lernen werden. Das stimmt doch gar nicht. Ach ja, da ist noch eine Spur drin drin. Ja, das stimmt. Mach doch nicht alles tot hier. Toll. Ach so. Vielleicht die untere Kamera. Guck mal. Ist der Knill? Ach hier. Ja. Eh nicht weglaufen. Hm. Das hat sich auch gelohnt. Ja. Ehrlich. Da. Ja. 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 Danach muss ich mit ihm ja noch was sprechen. Er steht direkt dahinter. Pfff. Geht's denn da hin? Ach da geht's dann weiter. Ja. Eure Bemühungen ehren uns Champion. Ich fühle wie die Geister meiner Krieger wieder Ruhe finden. Mhm. Sehr schön. Und das hat sich ja... Ja. Seid tapfer Krieger. Die Kultisten drangsalieren diese Insel immer noch. Ey wie gesagt, das ist ein Startgebiet. Also von daher. Sind da keine Gegner oder was? Ja, ich hätte jetzt auch gewohnt, dass hier ein paar Gegner drin sind. Die Geister sind. Es wurden tatsächlich... Ja, aber es gibt ein paar Punkte. Also von daher. Ist nicht schlecht. Boah. So. Ja. Dann laufen wir einfach mal weiter und suchen nach Gegnern. Ja. Ich guck jetzt nochmal ganz kurz. Vielleicht liegt das Ding schon. Ebener Spakt. Bei Folien. Naja. Fehlt mir noch. Tatsächlich. Äh. Wo bist du jetzt grad hin? Ich bin jetzt... Ich bin... In der Mitte und in der Mitte. Also... Natürlich nicht. Ist so richtig. Ich bin da. Jetzt sehe ich dich. Oh, bist du ganz. Wollen wir noch mal richtig so ein Quest-Files laufen? Ist das hier? Ach, Stadt. Ja genau, ist die Stadt. Ne, da sind definitiv keine Gegner. Vielleicht ist es der nervige Hase. Hier wird noch ein Quest-File. Direkt voraus. Die Main-Story. Bei einem Seite im Haus, oder? Oder im Haus? Champion der gesegneten Feuerprobe. Ich bezeuge euch meine Ehre. Ihr könnt... Es gibt ein... So. Los, jetzt gib mir endlich Gegner hier. Ja. Ja, da hast du ja dann auch rausgekriegt. Ja. Da nicht. Jetzt auch noch einen rum. Der Gestank der Orks ist unerträglich. Superwolf. Oh, Entschuldigung. Der war ein bisschen neblimpig. Ja, ja. Der sieht schon an der Echterschwäche. Ich hab doch nur einmal draufgehauen. Hier ist noch ne Wespe. Oh, verdammt. Ich glaub sie hat nen Wulf. Jetzt komm endlich her, sonst ist er gleich tot. Ja, Moment, ich bin jetzt aber hier. Ich bring noch nen Wulf mit. Gab nix zu lieben. Beim Wulf auch nicht. Da hab ich so langsam gekötet. Ja. Geht das überhaupt? Ja, halt. Ja, gilt. Was hält? Oh. Ne, auch nicht. Oh. Einen Scheiße. Ist das abgeschlossen? Äh. Sollen wir hier das abgeschlossen? Versteh ich nicht. Hey, Olli. Was haben wir hier abgeschlossen? Ich hab keine Ahnung. Hier soll erst noch ein Schrein. Ein bisschen irritiert. Ich weiß, was ihr vorhabt, eure Hoheit. Was wollt ihr hier? Verlasst sofort mein Gemach. Ich werde nicht zulassen, wenn mein Gehirn auf dem Feld fällt. Mäh. Es ist ein Starkgewinn. Ja. Ja. Ihr habt den Verstand verloren. Tut mir leid. Aber anders geht's. Dafür ein Ding in der Kaiserstadt. Das ist natürlich auch spaßfrei. Weil, dass ich das gekriegt habe. Also, ich bin da sehr froh drüber. Ja. Ich weiß nicht, ob du das auch hattest. So. Das kann ich dir nicht sagen. Wir haben ja zwei, die wir beide haben. Und da mir nur dieses eine hier fehlt. Hä? Okay. Ja, mir fehlt echt ein OB nicht. Also. Lass doch mal was fallen. Es gibt doch andere, die hier Mäuschen durchgehen können. Wie man sieht. Überall liegen Tote. Hier. Die kann man doch nicht mal looten. Jetzt ist der komische Cress frei. Wahrscheinlich tiefer. Oh. Wie Kissen. Ich gehe mal hier ein bisschen weiter rum. Und gucke mal, ob ich den... Habt ihr die Schriftrolle? Freut euch, dass ihr nicht versagt habt. Vardhan wird zufrieden sein. Ich lebe meinen Meistern zu dienen. Geht nach Westen zur Stätte der Eile Eden. Das Ritual der Schriftrolle sollte euch dort weiterkommen lassen, wo andere gescheitert sind. Ich werde euch nicht enttäuschen, Herren. Äh, okay. So. Das hat eure Lennung gehabt, so ein cooler Stein hier. Stimmt, da haben wir ein bisschen die Texturen vergessen. Tja. Lest jetzt die Schriftrolle. Das enthaltene Ritual wird euch in das Geisterreich schicken. Solltet ihr es schaffen, werde ich folgen. Lest jetzt die Schriftrolle. Das enthaltene Ritual wird euch in das Geisterreich schicken. Solltet ihr es schaffen, werde ich folgen. Im Namen der Blutdornes, tretet das Geisterreich. So, jetzt. Jetzt laufen wir weiter. So. In Richtung. Und suchen Gegner. Mhm. Oh, Espen. Warte. Da. Panzer. Ach, hier waren wir schon mal. Ja, haben wir auch nicht bekannt vor, irgendwie. Ich habe das Gefühl, mich in den Kreis zu drehen. Ja, ich habe gesagt, uh. Pitnik ist ja auch nicht groß. Hier gibt es auch keine richtigen Bossgegner oder sonst was. Gucken wir mal, wie der hier schon mal ist. Kann man ja auch kurz rein, ne? Quest abgeben. Quest abgeschlossen. Ich sage, da unten habe ich noch was gebracht. So. Dann mal wieder raus. Ja, genau. Ich glaube, hier waren keine, ne? Ne. Ach so, da bin ich mir schon öfter rumgelaufen, ne? Oh, da weiß ich. Uah. Na? Ah, super. Ja, ich bin ins Wasser. Ich bin auch. Ich hoffe, ich komme hier hoch. Da hinten waren wir auch gerade. Oh, hier sind echt alles, die da gemetzelt. Hier ist ein Wolf. Ich weiß schon, hier ist ein bisschen Wolfsgegend. Ah, ja, ich komme hier hoch. Ich treffe, ah. Ich treffe ihn nicht. Nerv. Ist noch ein Wolf. Ja, ich bringe ihn mal mit. Nicht einer zum Bluten gewesen, ne? Kann ich überhaupt looten. So, ich kann jeden Wolfs looten eigentlich. Ne, kaum einen. Der auch wieder nicht. Ah, jetzt mal wieder einen. Ah, hier sind auch wieder zwei. Irgendwas. Die Menge, aber keine Spur. Ich bin nur ja, ich bin klar. Ich bin ja, ich bin ja. Ich bin ja. Ich bin ja, ich bin ja. Ich bin ja. Oh, das bin hier oben offen. Oh ja, ich komme hier hoch. Toll, ich bin drüber gesprungen. Ja, sie kommt doch. Kommt sie? Ja. Ich finde echt alles möglich. Wie füllt sie mein Inventar eigentlich? 30 Plätze habe ich noch frei. Okay. Da oben ist auch eine. Da hin, gehen wir doch runter. Achso. Kommt sie? Ja. Äh. Nicht? Nein. Nee. Sonst kommt ihr rum runter geflogen. Sonst willst du es ja auch nicht. Ich töte sie. Oder? Ha? Jetzt. Jetzt. Jetzt kommt sie. Oder auch nicht. Doch. Ja. Na komm. Na ja. War der Mühe nicht wert. Was? Wo? Noch alle. Nein. Nein. Ich mache ja noch den Wolf hier unten. Äh. Ich dachte, die Performance sollte verbessert werden. Das hakelt hier aber nicht mal so stark. Okay. Da kann man nicht lang laufen. Jetzt töte doch endlich mal die Richtige. Ja. Furchtbar. Wenn ich wüsste wo die Richtige ist. Das war so ein Banditenlager. Wo irgendwie so fünf, sechs Stück sind. So was wie hier wahrscheinlich gewesen ist. Ich müsste schneller gewesen wäre. Na lass uns doch hier mal reingehen. Vielleicht sind wir hier noch ein paar Dich in der Blutdornenhöhle. Ja das könnte sein. Schauen wir mal. Oh. Abgeschlossen. Also würde ich wahrscheinlich noch irgendwas machen. Oh. Da hinten sind noch ein paar kultige. So was zu looten hier. Ich könnte noch nie einen looten. Of. Ah. Stimmenhänden später. Ja. ich konnte noch keinen hier oh der erste gold Was ist denn hier ein Dune? Sühle ich schon mal. Et da. Meh. Oh Gott. Ich will nicht zuhören. Was ist denn hier los? Ich glaube auf der Suche nach den Spuren... Diese Phase unserer Mission kann beginnen. Ich seh schon, das gestaltet sich ein bisschen... Ja, ein bisschen schwieriger. Aber dass wir hier richtig sind, hat man ja bei dir gesehen. Vielleicht sollte ich die Spur mal machen. Nicht, dass du die schon hast. Ne, wird mir ja angezeigt. Also... Ach so, das meinste. Ah... Ja, das könnte man natürlich auch machen. Nicht, dass du die schon hast, dass das eine von denen ist, die... Ja. Ich nicht, ja. Ich suche schon. Ähm... Weiß ich nicht. Aber ich glaube, wenn du da runter springst, bist du tot. Ne? Das war es nicht. In Bethnik habe ich noch keine gefunden. Von daher... Und ich bin hier schon ein paar Mal rumgelaufen. Aber da hieß es in... Äh... Ich sag hier schon... In Ressourcen... Findet man diese... πάal... Jo... Jo... ... Ich will Gegner. Wir sind doch gar nicht reingekommen. Ne. Okay. wieso ist er gestorben das war nur einmal oder sollte besser herkommen kann ja nicht ab ich sag die wölfe da kann ich kaum was raus es sollte man hier in den norden gehen da war ich eigentlich mussten dahin nach hier ja ja stimmt ja ja stimmt ich hab hier gar nichts ich hab hier nichts dann gehen wir doch mal dahin ich markiere mir das gebiet hier mal reiten die tüten die reiten die tüten ne oh hier ist ein ihr seid zurück die drohenden unsere armee marschiert auf karl zogst hier 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 ist eine neue art von gegner spielen spielen ich glaube ich spinne also hier waren wir jetzt nicht ja stimmt also spinnen habe ich heute nicht gehabt ne spinnen haben wir noch nicht gehabt wenn man hier wo ich hier sind wenigstens noch ein paar ja hier sind wenigstens noch ein paar ja ja Ich nehme die andere Spinne mal kurz vor. Ich nehme die Hand, ich nehme die Hand. Jaa, sehr schön Ach, da ist deine Rücker Genau Hier ist es Ist das wohl wieder Na komm, komm komm Oh, geil Hier ist noch eine Hey, ist das Gebiet, wo wir vorhin angefangen haben Wo du deine gekriegt hast Ich wollte mal sagen, war das nicht, wo ich meine Lesbe gefunden habe Na mal gucken, wir waren hier wahrscheinlich noch irgendwo lang Hier runtergelaufen Da hab auch noch eine Das wäre echt der Hit, wenn die Wenn man die gleiche ist, ne? Ja Ich kann nicht mal eine looten, ne? Ich glaube, die war das Die ist das jetzt hier Das ist die Diese Ich kann sie nie looten Hier sind auch noch zwei Die waren das bestimmt Ja Ich habe eine Kiste Ich nehme die Küste Ja, genau Ja, genau Na ja, passt Auch nicht? Nö Pfff Das ist Das ist Jetzt machen wir deine Spur da erstmal Dann gehen wir nochmal wieder zu dem Wegschreiben, wo wir angefangen haben Der war auch der Wo wir gerade vorbeigelaufen sind Da ist noch einer da oben Naja Wie ist es? Ich kann sie noch nicht mal looten Ich kann sie inzwischen kaum noch einen viel looten Vielleicht hier das dritte, vierte Wenn es hoch kommt Das ist merkwürdig Aber erinnert hier an die erste Spur Die du auch hattest Obwohl ich denke, ich glaube ich den Boss irgendwie 10 oder 20 mal legen müsste Naja Na komm Müsst ja fast in dem Bereich sein, oder? Wo du hin musst Guck mal, eine Goldene Ja Hier ist es Na, was? Ich hatte eine Kette dabei gehabt, ja Das ist ein Hull Moment Oh, da Oh, jetzt liegen Hm So Hm Achso Jetzt erst mal deinen Aungur Befragen Mhm Ich hoffe er ist auch schon Bis zumal Ja Na toll Hast du nicht aufgekriegt? Nee Ich glaube hier noch ein bisschen durch die Gegend Hm Hm Weil landschaftlich finde ich Beetnick ja schön Gefällt mir schön soll ich 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 Doch Ich Obviously ob Ich Ja, das ist echt nicht einfach. Aber dafür sind es ja auch diese Epik-Spuren, hätte ich beinahe gesagt. Ach, hier ist der Nächster am Ausgraben. Ach, hinter dir auch noch einer, oder was? Nee, der macht nur Krabben tot. Das ist der Krabben tot, ja. Hast du das schon freigelegt, oder? Ah, cool. Das erste. Ja, genau, die fehlt mir nämlich noch. Das wollte ich jetzt wissen. Ja, dann fröhliches Weiterbrunnen. Weiterschlachten, ja. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Du bist echt nicht der Einzige. Hier rennt gerade einer Hunde und bringt jedes Tier um. Ja, es ist echt müßig. Ich hätte echt nicht gedacht. Das ist echt witzig. Hier hinten sind Westen. Dass ich das gleich beim zweiten Tier, was ich töte, finde. Also ganz ehrlich. Ich bin ja sonst nicht so der wirkliche Lüchskäfer. Dann scheint hier echt noch Kaiserstadt zu fehlen. Hier. So. 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 inzwischen habe ich schon mal froh, dass ich wieder was looten kann aber da ist keine dabei die mir verrät, wo ich den Schatz finde ich weiß gar nicht wie viele Panzer ich irgendwann schon habe das ist auch noch einmal nur ob wir noch mal es ist noch mal Da kommt die nächste. Das waren sie jetzt auch. Ah, das war's in der Ball. Jo, wo bist du jetzt? Zum Hacker. Was? Da kommen ja die pinkfarbene Bubbles her. Was? Moment, ich, pinkfarbene Bubbles? Bubble Tea? Was soll denn das Blüten sein? Ach, das sind Blüten? Aber wo kommen die her? Hä? Oh, blüscht. Na, da, da. Hier. Hier oben. Auf der Krüfte drauf. Okay. Das ist interessant. Jetzt ist sie weg. Hm. Nee, sind sie da wieder. Hä? Ist da jemand oben mit einem Baum und schmeißt? Wahrscheinlich. Wunderlich. Ach, von der Seite können wir wahrscheinlich nicht hoch. Ach doch. Ne, wir sind auf die Krypta hochgekommen. Von hinten. Ah, ja, jetzt klar. Sind alle rumgelaufen und dann... Okay. Ah. So, ähm... So langsam nervt das. Ja, so langsam. Ja, wollen wir noch einen Zufallsverlies spielen? Da ist noch eine Wespe. Warte, ich muss meine Dinge jetzt einmal aufladen, ne? Ah, aufladen. Ah, okay. Da ist auch noch einer. Da ist auch noch einer. Da ist auch noch einer. Ich glaube, man findet nur eine gelbe Spur pro Tag oder so. Könnte das sein. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Keine Gegner, die einen wirklich fordern hier. Ja, ja, ja. Sind diese extra zu dir gebracht? Äh. Jetzt heilen sie sich ja nur an dem Viech. Hm. Auch nix. Boah. Mann, du machst das aber auch. Spannend. Ich glaube, das mit der Spur, das lassen wir heute. Ja. Ich berichte dann irgendwann mal, wie lange ich gebraucht habe, um sie zu finden. Wir können ja in eine Kaiserstadt gehen. Ja, können wir ja auch machen. Vielleicht finde ich ja meine doch. Aber wir müssen halt oben, ne? In der Oberfläche müssen wir die Bosse legen. Ich mach vor, nur kurz Inventar leer. Draußen? Ja, draußen. Wolltest du mal noch eine Kaiserstadt? Was soll mir da passieren? Ja. Telwarsteine haben wir ja alle rausgelegt. Und was soll ich damit? Ja, eben. Für dich bringen sie eh nix. So gibt's ja Händler. Händler gibt's ja bestimmt auch. Zumindest erstmal hier. Verwerten.